Herzlich Willkommen zur Mahnwache am Stolperstein für Jenny Birnenbach. Jetzt stehen wir hier im Vorfeld einer AfD-Wahlkampfveranstaltung. Ich muss sagen, ich bin erschüttert von dem, was ich da in der letzten Zeit auch gelesen habe, was in unserer Gesellschaft scheinbar wieder geht. Die Wiesbaden AfD gibt sich sehr, sehr bürgerlich. Ich bin auch ein bisschen erschrocken darüber, dass die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung der anderen Parteien sagen, ja, wir gehen auch mal mit denen ein Bier trinken, das sind ja schließlich auch Menschen. Also so dieses Ankommen als demokratische Partei ist ein schleichender Prozess, der mich sehr bedenklich stimmt. Was sich besonders bedenklich stimmt, sind die Äußerungen in letzter Zeit, die mit diesen Stolpersteinen zu tun haben. Es geht um Erinnerungskultur. Ja, da heißt es, wir müssen endlich mal aufhören mit diesem Schuldkult und die Erinnerungsdiktatur muss ein Ende haben. Diese Stolpersteine sind Erinnerungskultur und sie sind unglaublich wichtig und sie gehören zu unserer deutschen Geschichte ganz untrennbar dazu. Wenn ich an einem solchen Stolperstein stehe, dann fühle ich mich nicht verantwortlich für das, was dieser jüdischen Frau angetan worden ist. Ich gehe auch nicht kramgebückt von Schulz darum, sondern ich fühle mich verantwortlich dafür, dass so etwas sich nicht wiederholen kann. Dass Deutschland, für das ich stehe, für das ich auch gewisse Gefühle hege, als Christ ohnehin Internationalist, aber wenn ich schon nationale Gefühle hege, dann ist das das Deutschland, das für Humanität eintritt, für Freiheit, das sich öffnet, das Geflüchteten Zuflucht gibt. Und ich habe viel mehr Angst, dass unser Deutschland seine Identität verliert, wenn Menschen wie die gerade im Hilde-Müller-Haus sich versammeln, ein Deutschland propagieren, das engstirnig ist, auf irgendwelche Blutsachen eingeht, das diese Weite vergisst, das vergisst, dass wir alle Menschen sind. Ja, und dieses Deutschland, für das möchte ich gerne einstehen, das Erinnerungskultur pflegt. Und ich freue mich, dass trotz der Kälte so viele Menschen hier stehen, die das auch so finden. Ich freue mich über die Regenbogenfahnen, die Transpamente überall hier rund um den Ballhofer Platz, die zeigt, dass die Mehrheit eben nicht so denkt wie die AfD-Mitglieder.